Die Affen zum Beispiel trampen in jeder Außenseite als Gemeinschaftsfremdtod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei den Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler! Unter all ausgerechnet Himmler! Getreuste, getreu! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speyer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Günstler. All die anderen, ja, 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 ja! Aber Himmler! Ja, ist der Welt wahnsinnig geworden! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Bitte! Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein! Und holen Sie mir, Fägelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fazit zum Bericht! Jetzt bin ich mir sicher! Lassen Sie mich jetzt mal abik시achten! Steigen?